Armin Dä, das krieg ich jetzt raus! Was hast du von Weihnachten gekriegt? Ja, Weihnachten! Was ist denn? Was ist denn? Wenn du kriegst dann... ...einen großen Zug! Der leuchtet? Na ja, der hat schon alles in der Hand gedrückt. Oh, Weihnachten! So! Sieht ja aus wie... Wie cool, oder? Die ist ein bisschen... Ist mit Kamera oder was? Genau! Genau! Jetzt bist du hier auch auf YouTube! Danke! Ja, da ist aber... Ich würde ja ganz cool auch so bei Karten fahren und so, ne? Genau! Alles, was du möchtest! Alles, was du so raus und so... Sieht schon komisch aus, also ich wollte Ihnen schon sagen, was hast du da auch... Genau! Sieht komisch aus! Oh, jetzt gesisst du mich hier, oder? Ja! Jetzt kannst du ihn nun mal sehen! Habt ihr Besuch gehabt, Leon, oder? War Besuch hier, oder was? So ein Mann mit so einem roten Mantel? Vor Weihnachten! Und mit einem weißen Bart? Oh! Oh! Vor Weihnachten! Vor Weihnachten! Na? Jetzt... Ja? Was jetzt? Jetzt, äh... Ich filme! Ach du filmst? Ja! Warum wäre das halt nicht denn weg? Du bist auch auf Fernsehen! Kannst du auch auf Fernsehen morgen sehen! Ja! Auf Facebook! Auf Facebook! Auf Facebook! Ja! Auf Facebook dann! Oh, jetzt holst du mich die Jacke! Ist aber kalt! Ja! Ist kalt! Ja! So, guck mal! Ist das echt für Luna? Du hast vorhin voll Heizung! Ja! Das ist für Luna! Kannst du sitzen? Ja! Ich muss erst mal sehen, was hier die Kinder alle sagen! Ja! Ja! Guck mal hier! Weil Oma war auch noch der Weihnachtsmann! Weil Oma war der Weihnachtsmann-Kind! Du bist auch Kind! Warte mal! Jetzt muss ich aber erst mal aufpassen! Habe ich nicht so viel Geschäfte! Wo habe ich das drauf geschickt? Asse! Den Pullover geben wir aber auch dann auf meinem Becken, ne? Ach, das geht nicht! Ja! Ich hab doch zwei Geschäfte vom Leer nur! Ich hab doch zwei Geschäfte vom Leer nur! Du hast ihn hier gegeben! Nein, der hat... Deswegen hab ich doch immer das Foto geschickt! Die Hälfte oder Mütze und dann den Pullover... Ja! Der hat grünes Band! Ja, ja! Ich wollte jetzt nicht sagen, weil ich hab wieder vor dem Pullover rausgeschickt! Deswegen, ich fand das war auch eine Katastrophe! Ist der oben? Ja! So! Der wollte nicht so schön haben! Du! Ja! Oh! 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 Ok! Oh! Oh, er果实 ist der da Y Aw Creators! Na, das habe ich für eine Küche. Hallo! Da brauchst du eine Küche, meinst du? Ich will das nicht, wenn das ein Buch... Hast du was? Soll ich dir ein Buch haben? Das ist doch Ritzespaß und alles sowas. Die sind schick, da könnte... Schlau werden von... Schlau werden. Schlau und schlau. Guck mal, Leon, was ist mein Buch? Was hast du ich gekriegt, Shabby? Ich habe einen Kran und eine Schiene. Und von Omas Weihnachtsbaum, was hast du dabei gekriegt? Eine Raumstation. Sehr cool. Ja, und du? Ist das cool? Das ist auch cool, ja. Ja, Nicole, Yvonne. Ja, 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 ja. Ja, Mama, eigentlich habe ich mir das gewünscht. Ja, Mama! Mama! Stimmt nicht, ne? Das hat Leon gewünscht, ja? Ja. Ja, das habe ich mir aber auch gewünscht. Ja, der Weihnachtsmann hat mir das so gesagt. Mhm. Damit ihr schön lernen könnt, habt ihr euch noch ein paar Hüfte. Hüfte. Ich habe mir aber was zu tun. Ja, dafür kann ich nicht. Das sagt der Weihnachtsmannverkehrs. Ist das so hübsch gemacht in Gänz? Ich gucke die Gänz. Nein, nicht tauschen. Ja, ich habe mir das auch gewünscht. Machst du mal meine Schulter sauber? Nein, das ist nicht tauschen. Oh, das ist nicht tauschen. Nein, das ist nicht tauschen. Möchtest du meine Schulter sauber machen? Lass ihn über die Schulter packen. Nächste Weihnachtsmann bist du gut dran damit. Muss man sich selber gucken. Noch mal Weihnachten ist. Wir können ja das oben machen. Komm! Oma, baust du dich was? Was kannst du mit Papa bauen? Guck mal, noch mal das ganze Papier in Papierkoppika. Das ist jetzt aber auch nicht. Wollt ihr die Oma einfach für die Geschenke gucken? Guck mal, wie ich da... Nachher können wir das bauen. Na dann sehen wir das Oma, wo wir wirklich das haben. Ja, da bin ich aber gespannt. Guck mal, die Oma, wo wir jetzt kriegen. Wollen wir den Papierkopp, Schatzi? Das habe ich kommen. Ich wurde gleich gekotzt, also wenn ich ein bisschen Oma hinnehmen rieche. Ich bin das nicht. So, klar. So, klar. Hattest du Hunger oder sowas? Nee, die hat gerade gegessen. Ach so. Hättest du mir auch vorher sagen können, ja? Dann hätte ich gleich nicht mehr. Na ja, aber trotzdem. Hey! Toll! Super! Guck mal, Nico! Das juckt. Schön, das muss da rein, ja. Ich kann Handy immer von oben vorher klingen. Dann sieht man nicht so fett aus. Guck mal! Ja, jetzt siehst du... Siehst du Düne? Ja, das stimmt wirklich. Ist das nur da rein? Siehst du Düne? Die Space-Mail hier. Space, weißt du denn? Wo rein reinpasst? Ich hab's ja gemacht. Ich hab's draufgeklebt. Nee, du hast kalt für Verwirr. Guck mal die Ecken an, von der anderen Seite. Oh, warte, Leo. Die haben draufgeklebt, ja. Ach so. Nach deinem Klicken... Die Ecke ist gar nicht mehr. Ja, wir wollen jetzt einfach mal... Verbrecher ist das. Und die Polizei ist das. Ja, wollen wir mit den Karten spielen? Mit den Polizei... Das Ding kann ich auch erst mal runter. Wollen wir mit den Karten spielen? Ja, bitte. Ich bin auch das Schiff und das hier. Und du bist der Karten, ja. Ich hol dir das immer, ja. 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 Guckst du genau zum Licht denn? Nee, aber wo ist du meinst? Auf doch... Da ist ein... Bei mir ein Karten im Land. Sehr schön. Weißt du? Ich hab mal, wenn sie gut... Ein Trudium heißt. Weißt du, da ist ein Mann drin? Ja. Danke. Danke. Bitte. Danke, Mika, für den... Leon. Auf zwei Lübka. Wärt ihr verrückt? Leon. Was? Wie richtig. Was? Was merkst du mir? Hä? Du bist verrückt. Ich dachte... Nein, nein. Nein, nein, nein. Wie das richtig kommt. So oder so? Mal aus. Und das macht aus. Ja, ich glaub so.